Stellen Sie sich zur Einstimmung mit lockeren Knien in einen festen Stand. Unterstützen Sie die Standhaftigkeit mit der Vorstellung, dass Ihre Beine 9 Meter tief in den Boden verwurzelt sind. Ziehen Sie Ihr Kinn leicht an und halten Sie die Schultern ohne jegliche Spannung. Hände reiben Öffnen Sie Ihre Beine schrittbreit und reiben Sie mit Ihrem Mittelfinger erst Ihren linken Laugungpunkt und dann den rechten. Die Laugungpunkte befinden sich in der Mitte der Handflächen und werden mit Menschenpforten übersetzt. Diese Pforten werden für die Aktivierung des T-Kreislaufs geöffnet. Kopfhautstreichen Streichen Sie Ihre Kopfhaut mit sämtlichen Fingerkuppen von Ihrer Stirn und Ihren Schläfen nach hinten. Streichen Sie kräftig, um alle Meridiane, die über den Schädel verlaufen, zu stimulieren. Ohren massieren Massieren Sie Ihre Ohren kräftig von oben nach unten. Diese Behandlung aktiviert alle wichtigen Organpunkte. Lassen Sie sich Zeit, um sie gründlich zu bearbeiten. In der traditionellen chinesischen Medizin entspricht das Ohr der Form eines Fötus. Das Ohrläppchen gleicht einem Kopf, der Rand des Ohrs ähnelt einer Wirbelsäule und die Ohrmuschel entspricht einem Körper mit seinen Organen. Halswirbel massieren Beginnen Sie mit der linken Hand, die Umgebung rund um Ihre Halswirbel sanft zu massieren. Drücken Sie nicht auf die Wirbel selbst. Wechseln Sie nun die Hand. Nehmen Sie dabei Ihren rechten Ellbogen so weit wie möglich nach hinten, um auch Blockaden in der Schulter entgegenzuwirken. Arme abklopfen Klopfen Sie zuerst Ihren linken Arm mit einer lockeren Faust von oben nach unten ab. Bearbeiten Sie erst die Oberseite Ihres Arms, dann die Unterseite. Wechseln Sie dann den Arm. Klopfen Sie gründlich, um keine Stelle am Arm auszulassen. Klopfen Sie Ihren Körper im Folgenden ohne Unterbrechung ab und benutzen Sie dabei beide Hände gleichzeitig. Klopfen Sie in leichten Drehbewegungen abwechselnd Ihre Schultern ab. Schlagen Sie ganz leicht Ihre Brust ab. Klopfen Sie Ihren Rücken so hoch wie möglich ab. Nun klopfen Sie Ihre Lendengegend ab. Klopfen Sie Ihren Bauch ab und entspannen Sie dann für einen kurzen Moment. Seiten abklopfen Seiten abklopfen Gleichzeitig klopfen Sie Ihre Oberkörperseiten von oben nach unten ab und entspannen kurz. Beugen Sie Ihren Oberkörper vorn über, um Ihre Nieren abzuklopfen. Klopfen Sie sie sanft ab und erholen Sie sich kurz. Beine abklopfen Beine abklopfen Klopfen Sie die äußeren Seiten Ihrer Beine von oben bis unten ab. Dann die Vorderseiten Dann die Vorderseiten Pausieren Sie kurz. Knie kreisen gegeneinander. Stellen Sie Ihre Beine schrittbreit auseinander, beugen Sie sich vorn über, umfassen Sie Ihre Knie und lassen Sie sie von vorne zueinander kreisen. Ändern Sie die Richtung und kreisen Sie mit beiden Knien von vorne nach außen. Und Sie entspannen kurz. Knie kreisen miteinander. Mit zusammengestellten Beinen beugen Sie sich wieder vorn über, umfassen Ihre Knie und drehen Sie links herum, gegen den Uhrzeigersinn. Wechseln Sie die Richtung und drehen Sie die Knie rechts herum, im Uhrzeigersinn. Richten Sie sich nun wieder auf und ruhen Sie noch einen Augenblick in Gelassenheit. Musik 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 Musik